Mittels und Wettbewerbs zählt eine hervorragende Leistung mehr als alles andere. Herausragende Marken unterscheiden sich anderen gegenüber durch Unternehmungsgeist, durch kreative Marketingstrategien und außergewöhnliche Produkte. Diese außergewöhnlichen Marken heben sich von anderen ab und werden durch diese prestigeträchtige Auszeichnung als Superbrands geehrt. Otto ist ein Superbrand. Otto zählt mit einer Bekanntheit von 95% zu den bekanntesten Marken in Österreich. Uns ist wichtig, dass wir unsere Kundinnen und Kunden jeden Tag aufs Neue begeistern können, sagt Harald Gutschi, Sprecher der Geschäftsführung von Otto Österreich. Seit 1992 macht Otto auch in Österreich das Einkaufen von zu Hause für heimische Haushalte einfach und bequem. Die Marke ist der Inbegriff für die größte Auswahl an aktueller Mode, starken Marken und neuesten Trends. Heute ist E-Commerce der Wachstumsmotor des globalen Einzelhandels. Immer mehr Kunden nutzen die Vorteile des bequemen Online-Shoppings und schätzen die Auswahl und die Vergleichsmöglichkeiten, die ihnen unterschiedliche Plattformen bieten. Otto präsentiert sich in diesem Bereich als moderner Lifestyle-Händler mit dem größten Textilangebot in Österreich und einem Fokus auf Oberbekleidung für junge Frauen und trendige Marken für die Zielgruppe der 18- bis 45-Jährigen. Otto Österreich hat das größte Angebot an Markenprodukten in Österreich. Als innovativer Multi-Channel-Händler bietet Otto zusätzliche Sortimente exklusiv im Online-Shop an. Aktuell sind es über eine Million Artikel. Nachhaltiges Wirtschaften ist dabei als Unternehmensziel tief in der Unternehmenskultur verankert. Es umfasst den Umwelt-, Klima- und Naturschutz genauso wie soziale und gesellschaftliche Anforderungen. Bereits 2007 hat Otto sein Engagement in einer langfristig angelegten Klimaschutzstrategie fixiert. Seit 2012-2013 arbeitet man bei den wichtigen Rohstoffen Baumwolle und Holz auf das große Ziel 100% Nachhaltigkeit hin. Durch Anpassungen des Sozialprogramms im Jahr 2013 berücksichtigt dieses nun noch stärker die Bedürfnisse der Partner in einer globalisierten Welt. Die Initiative Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern eine Notwendigkeit, die für Otto selbstverständlich ist. Ottos Slogan lautet, der Kunde ist König. Dies beweist der Marktführer im Online-Shopping tagtäglich durch sein Engagement, seinen über 800.000 Kunden die größte Auswahl und beste Qualität an exklusiven internationalen Marken zu bieten. Superbrands – die internationale Auszeichnung für nachhaltige, hervorragende Leistung.